Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Das ist dein Samstag hier auf dem Kanal der Foto-Tutorial. Samstags um 14.30 Uhr gibt es hier die Bildbesprechung und am Mittwoch um 17 Uhr gibt es hier irgendein anderes Video. In der Regel ein Foto-Tutorial, manchmal aber auch Erfahrungsberichte, Reiseberichte oder ähnliches. Ich würde mich wirklich freuen, wenn dir beides gefallen würde und du deswegen den Kanal längst abonniert hast. Solltest du das nicht haben, freue ich mich natürlich über ein Abo und auch darüber, wenn du die Glocke hier auf YouTube aktivieren könntest. Denn wir wollen auf YouTube jetzt in diesem Jahr endgültig mal die 30.000 Abonnenten knacken und da kannst du was zu beitragen. Ihr als beste Community von Welt, ihr könnt diese Videos empfehlen, ihr könnt den Kanal empfehlen, ihr könnt anderen davon erzählen. Ihr könnt es in die Insta-Story machen, in den WhatsApp-Status oder auch einfach mal drei Fotografen anrufen. Also drei Menschen, die ihr kennt, die fotografieren und sei es mit einem Handy anrufen und sagen, abonniere doch mal den Kanal youtube.com. Das würde mir wahnsinnig helfen und mich auch wahnsinnig freuen. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist hier beim Bildbesprechungs-Samstag. Ich freue mich auf die Fotos mit dir jetzt gleich. Vorab habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten an Hinweisen. Es gibt hier nach wie vor die Bildbesprechungs-Fastlane. Die haben wir mal eingerichtet zu Corona-Zeiten, weil wir zu dem Zeitpunkt so ein paar, ich sage mal, gerade unter den Dozenten, viele meiner Kollegen sind ja Freiberufler. Das heißt, die hatten dieselben Probleme wie jeder andere Selbstständige. Die haben im Prinzip keine großartigen Kosten, die bei den Hilfen geltend gemacht werden konnten, haben aber einfach auch keine Einkünfte gehabt. Und da ich da an einer anderen Stelle ein bisschen unterstützen wollte, habe ich damals die Fastlane eingerichtet. Nach wie vor benutzt ihr die Fastlane. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Wir sammeln dieses Geld auch so ein kleines bisschen separat und benutzen das für Dinge, die dem YouTube-Kanal zugutekommen. Beispielsweise für Werbung für den YouTube-Kanal. Aber auch für Dinge, die wir hier ausstattungsmäßig brauchen. Und wo wir so ein bisschen was optimieren manchmal. Und das finde ich wirklich richtig, richtig cool. Wenn du möchtest, dass dein Bild möglichst schnell drankommst, dann benutze doch einfach die Bildbesprechungs-Fastlane. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, in der Infobox. Da kannst du raufklicken, das Bild senden und dann ist es innerhalb von ganz, ganz wenigen Wochen hier in einer der Folgen. Ansonsten kannst du aber auch ganz normal Bilder weiter kostenlos senden. Die gehen an bildbesprechung.ff-fotoschule.de und dann kommen sie irgendwann dran. Das geht aber ein bisschen random-mäßig. Das heißt, wir schmeißen die alle in einen großen Ordner und picken da einfach welche raus nach dem Zufallsprinzip. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Fotos von heute. Heute geht's los mit einem Foto von Karin Strobl und zwar vom Mull of Galloway aus dem Vereinigten Königreich. Und ja, Karin ist ja irgendwie, ich sag mal, Vanlife-mäßig auf Weltreise, wenn ich dich nicht total täusche. Und im Moment hoffentlich irgendwo ist es wärmer ist als da. Das ist auf alle Fälle fotografiert im März, also vor gut einem Jahr. Ja, ist ein Leuchtturm. Das Licht fällt so ein bisschen, sagen wir mal, unnatürlich auf diesen vorderen Hang. Aber ihr wisst, das mag ich. Das würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ich würde auch versuchen, mit Masken da so ein bisschen Licht raufzubringen. Was mir am wenigsten gut gefällt bei diesem Foto, Karin, wir haben viele gute von dir in den letzten Wochen gesehen, ist unten der Horizont. Das ist mir einfach zu knapp. Ja, also da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Luft unten gewünscht. Und auch das wisst ihr, ich mag es schon, auch wenn man mal einen ungewöhnlichen Bildschritt macht. Hier ist einfach zu wenig. Ja, also einfach das Doppelte von der Breite, die das Meer jetzt unten rechts in der Ecke hat, drauf würde mir besser gefallen. Denn der Himmel, der ist ja auch nicht so spektakulär, dass man jetzt unbedingt davon besonders viel zeigen muss. Also runter schwenken wir in jedem Fall möglich gewesen, ohne das Bild schlechter zu machen. Peter Schaub, der hat dieses Foto hier geschickt, das, ähm, ja, ich muss ja manchmal so ein bisschen lachen, ne? Also der Bildtitel ist Parking the Bike and Dream. Und Parking the Bike and Dream, da sagt ihr jetzt wahrscheinlich, ey, warte mal, Parking the Bike, das kann ich bei YouTube überhaupt nicht erkennen, wo soll hier ein Bike geparkt sein? Ich habe das schon gleich gesehen. Aber man muss sagen, wenn Parking the Bike and Dream hier das Bildmotto ist und das das Entscheidende ist, dann solltest du das vielleicht nicht mit 66 Millimeter Brennweite fotografieren, sondern mit 660 Millimeter, also mindestens dem Zehnfachen, besser noch mehr, damit wir den Fahrradfahrer, der da vorne auf dieser Landzunge steht, überhaupt erkennen können. Ja, weil es ist so eher ein störender Fleck. So wie es viele weitere störende Flecke auf diesem Foto gibt, von fliegenden Vögeln und Nestern in Bäumen und Schmutz im Wasser und so weiter und so weiter. Was hier wirklich schön ist, ist natürlich die Lichtstimmung. Aber du hättest vielleicht hier irgendeinen anderen Vordergrund suchen sollen. Also mal so als Beispiel. Wenn du jetzt da vorne gegangen wärst und hättest die Kamera auf Wasserhöhe gebracht, dann würde diese Landzunge, wo das Bike drauf ist, hinten in den hinteren Berghang gehen, aber die Bäume würden vor dem Himmel stehen. Und dann hättest du sehr viel enger beschnitten. Vielleicht nur die zwei Bäume, die jetzt so rechts von dem Fahrradfahrer sind oder sowas. Dann hätte das sehr, sehr schön werden können. So ist es ein toller Sonnenuntergang. Nicht mehr und nicht weniger. Von Peter Klevesart haben wir eine Einsendung einer Bachstelze zugesandt bekommen. Und Peter, das ist ein sehr gut gemachtes Foto, finde ich. Das ist fotografiert mit dem Olympus M2 Ico 100-400. Mit also diesem, ich sage mal, eher Consumer-Teleobjektiv. Ihr wisst es, unter den Super-Teleobjektiven, was gibt es da bei Olympus? Okay, wir machen mal das 70-300 weg. Das lassen wir mal außen vor. Es gibt das 100-400. Es gibt das 150-400. Die Pro-Version. Weiße Götte nennen es manche. Mit Blende 4,5 und eingebauten Telekonverter. Das 150-600. Und es gibt das 300mm Blende 4. Und dieses hier ist mit dem eher, sage ich mal, consumermäßigsten Objektiv davon fotografiert. Kostet irgendwas so bei 1200 Euro, glaube ich. Gibt es auch ein Revue auf dem Kanal. Und das hat eine schöne Schärfe, eine super Freistellung und sehr schönes Licht hast du da gefunden. Tolle Belichtungszeit, finde ich auf jeden Fall. Die gefällt mir unfassbar gut. Ist eine 1250. Und trotzdem haben wir ganz leichte Unschärfe auf den Vogelschwingen. Und ich weiß, wir haben in den letzten Wochen irgendwann mal ein Foto gehabt von einem Eisvogel. Hier stehen die Flügel einfach ein bisschen seitlicher. Wäre schöner, sie würden noch ein bisschen flacher stehen. Die Bachstelze springt ja offensichtlich gerade. Versuchen wir zu starten oder springt aus irgendwelchen Gründen da im Wind ein bisschen hoch. Sehr schön getroffen. Tolles Vogelfoto, finde ich auf jeden Fall. Raimund Grenzschmer hat irgendwo bei wirklich schlechtem Wetter fotografiert. Und weil er schon dabei war und bei schlechtem Wetter fotografiert hat, hat er die Kamera auch noch schön schräg gehalten. Sodass das ganze Wasser, was da eh schon jetzt hier ans Ufer schwappt, schön auf meinen Schreibtisch liest. Also Scherz beiseite, lieber Raimund. Du hast ja wahrscheinlich hier nicht eingesandt und noch nie eine Bildbeschreibung gesehen. In jeder Dritten gibt es irgendwelche Hinweise zum Thema Horizont. Und hier ist jetzt sowas von schief. Sowas von schief. Ja, also wenn die Brücke so schräg über den Fluss verläuft, dann mache ich mir große Sorgen. Das ist doch ein Krieg, das auszurichten, Freunde. Was ist los? Und dieses Reingerage links und rechts oben und von diesem Baum und diesem kleinen Asszipfeln. Das ist doch alles nüscht. Und wenn bei deinem Foto, Raimund, hier das Motiv da vorne die Person mit dem Schirm ist, dann gilt hier dasselbe wie bei dem zweiten Foto von Peter. Rangehen, dichter rangehen, raufzoomen oder was auch immer. So ist es leider maximal ein Schnappschuss und dazu leider nicht mal ein guter. Das, was jetzt folgt, das ist knallharte Werbung. Knallharte Werbung für Fotoreisen, die mir selber ganz besonders am Herzen liegen. Und da gibt es ganz, ganz viele, aber ich möchte dich heute auf eine hinweisen und zwar ist es meine Fotoreise nach Georgien. Wir fahren einmal im Sommer nach Tuscheti, das ist so eine Mischung aus ein bisschen Lost Place vorab, dann ein bisschen was in Tiflis, so insbesondere Architektur in Tiflis. Und dann fahren wir nach Tuscheti, in diese Bergdörfer, die nur im Sommer bewohnt sind, wo die Bevölkerung völlig abgeschlossen mit ihren Viehherden lebt und wir sind Teil der gesamten Community in Tuscheti. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das interessieren würde. Ich freue mich jedenfalls auf dich und auf Georgien, denn ich brenne für dieses Reiseland und ich möchte es dir da draußen näher bringen. Von Rainer Schmitz stammt diese Aufnahme eines Flugzeugs, wie er in einem Bildtitel schreibt, von der Air Force. Ich kann nicht erkennen, was das für ein Flugzeug ist, also irgendwas Militärisches ist ganz offensichtlich, aber das ist natürlich sehr silhouettig. Also da, ihr wisst ihr, ich bin wirklich kein Verfechter von, es muss überall Zeichnung drin sein. Aber hier würde ich mir einfach wünschen, dass es nicht so ein schwarzer Klotz wäre mit einem roten Fleck in der Mitte, sondern dass wir hier ein bisschen mehr Licht darunter hätten. Das ist natürlich gegen den Himmel schwer zu fotografieren, das ist mir klar. Ja, die Färbung des Himmels ist auch keine schöne, das ist so ein bisschen gräulich oben links, so ein bisschen grünlich oben rechts, so ein bisschen Magenta-Farben ganz rechts in der Ecke und unten rechts in der Ecke. Und ja, also das ist auch nicht schön von der Färbung her, aber vor allem ist es einfach nicht gut durchzeichnet. Da hätte ich einfach die Tiefen aufgehellt oder eben von vornherein anders belichtet. Von Ralf Milewski stammt diese Street-Aufnahme, die er, wenn ich das richtig deute, aus einem Auto raus an einer Tankstelle gemacht hat. Und vielleicht, fotografiert, vielleicht tankt da gerade seine Lebensgefährtin, Mutter, Tante, Cousine oder wer auch immer, also jemand, der zu ihm gehört. Weil das sieht so ein bisschen aus, als würde sie das Auto, in dem du sitzt, tanken. Und das Auto, in dem du sitzt, sieht auch aus, als wäre es irgendwie, ja, weiß ich gar nicht, was das für ein Auto ist. Also hat auch so eine Ablage, also irgendwie was Wenn-mäßiges oder so. Ja, das ist alles soweit gut. Das ist hier auch mehr so eine zufällige Begegnung und da ist es ein bisschen weniger schlimm, dass es so stark kippt. Aber auch hier würde ich mir wünschen, es wäre ein bisschen besser ausgerichtet. Die Belichtungszeit ist toll, weil wir so ein bisschen Unschärfe haben, das mit einer Zehntel fotografiert, das hat so Dynamik. Die Frau scheint da so vorbeizueilen, der Wind weht durch ihre Haare und so weiter, hat halt sehr viel Dynamik. Hinten mit dem Aldi Nord und Rossmann und so ist alles in Ordnung. Der, ich glaube es ist Mercedes oder BMW, Cabriolet, was da weiß reinfährt, kann man auch so machen. Ist nicht mein Traum, muss man sagen, aber ist in der Street-Fotografie eher so ein bisschen natürlich auch mal zufällig. Aber ich hätte es nur ein kleines bisschen besser ausgerichtet. Stefan Köln hat am Tiger & Turtle fotografiert. Apropos Tiger & Turtle. Du weißt es, wir machen Workshops in Duisburg. Ja, das stimmt, wir machen Workshops in Duisburg. Das haben wir eine Zeit lang nicht getan, aber jetzt ist wieder soweit. Essen, Duisburg und so weiter, da in der Umgebung. Und da gibt es unter anderem auch einen Tiger & Turtle Workshop. Und zwar am 13. September, den nächsten. Ich war gerade vor ein paar Wochen mit Martin Taken zusammen da, da haben wir so ein ganzes Workshop-Wochenende gemacht. In diesem Fall ist es so am 13. September Tiger & Turtle Workshop und an dem Tag darauf Light Painting im Lapadu. Wenn dich das interessiert, schau auf www.fotoschule.de vorbei. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir einen oder anderen begrüßen dürften. Ist eine schöne Aufnahme vom Tiger & Turtle, muss man sagen, von Stefan. Auf das Teil rauf zu gehen und das zu benutzen, ist natürlich immer auch eine gute Idee. Es wirkt aber natürlich auch irgendwie ganz futuristisch und toll irgendwie, muss ich sagen, wenn man das von unten fotografiert. Also gibt es viele fotografische Möglichkeiten, meiner Meinung nach, hier zur frühen blauen Stunde morgens. Also morgens heißt das späte blaue Stunde. Ich sehe es an den Exif-Daten, also späte blaue Stunde morgens. Gut gemacht, wir bevorzugen den Abend in dem Fall. Also Ulrich Steininger, der hat am Motel One in Berlin fotografiert und zwar von unten nach oben und das Foto dann hierher geschickt. Auch das gefällt mir wirklich gut. Es hat einen tollen Verlauf in die Ecken rein. Es hat eine richtig coole Struktur. Es hat eine gute Belichtung. Da ist sehr viel, sehr, sehr gut gelaufen, muss man sagen. Ich kann das nicht anders sagen. Wirklich schönes Bild, grafisch toll gemacht. Lass mich gucken, wie ich das hier so ein bisschen euch sagen kann. Das ist eine Blinde von 4 und die Brennweite ist hier so ein bisschen komisch, weil das wahrscheinlich, lass mich kurz gucken, ist mit einer FZ1000, mit einer Panasonic gemacht. Also klein mit Äquivalent ist es auf alle Fälle 180 Millimeter. Also das wundert mich total, wie hoch ist das Gebäude. Gut, kann sein. Ich war in dem Motel One lange nicht, glaube ich. Oder vielleicht sogar noch nie. Aber ja, gut gemachtes, grafisches Architekturfoto. Dann haben wir hier von Uwe Aurich einen Sonnenuntergang auf dem Bärenstein im Erzgebirge. Das hätte ein sehr, sehr schönes Foto sein können, wenn es nicht so HDR-ig wäre. Also es sieht halt so clownskotzig aus. Und das wäre gar nicht so schlimm, wenn die Sonne nicht so wegbrennen würde und drumherum so viele Tonwertebrisse wären. Das ist immer die Gefahr, wenn ihr gerade im Pseudo-HDR-Bereich arbeitet. Also ihr stellt das klassische D an den Belichtungsreglern ein und zieht die Lichter weit nach unten und macht die Tiefen noch nach oben. Dann passieren Tonwertebrisse und bei richtigen HDRs auch immer wieder. Und das ist hier der Fall. Das ist einfach nicht schön, dass da so ein weißes Loch ist und um die Sonne es so komisch aussieht und dass die Wolken so rauspoppen. Also dafür gibt es Grau-Verlauf-Filter. Da hast du einen Grau-Verlauf-Filter davor, dann wird das alles toll. Denn die Stelle ist eine tolle. Das Licht ist eigentlich toll. Ich werde das überhaupt nicht stören, wenn der Himmel nicht so rausgearbeitet wäre, sondern das mit einem relativ natürlichen Ton wäre. Und wenn du das rausarbeitest, dann maskiere aus, dass rund um die Sonne die Ausarbeitung rausgenommen wird, sodass es da nicht so ausfranst. Denn das sieht wirklich hässlich aus. Alles andere ist bildgestalterisch und ansonsten die untere Bildhälfte wirklich toll. Von Winfried Scholz stammt dieses Foto eines alten Kraftwerkes in Peenemünde auf Usedom. Ja, klassische Lost-Place-Fotografie. Da spricht erstmal überhaupt nichts dagegen, meiner Meinung nach. Im Gegenteil, das kann man sehr gut machen. Finde ich, ist auch hier wirklich gelungen. Hier ist auch farbig toll. Vielleicht, wenn du noch einen Schritt nach hinten gehen können, dass wir die Anzeigen oben unter der Decke noch ein bisschen mehr sehen würden, also dass die nicht so angeschnitten werden, würde es mir persönlich noch besser gefallen. Und auch dieser angeschnittene Pfosten links, der dann nach oben rein ins Bild immer deutlicher sichtbar wird, den hätte ich einfach weggemacht, also im Zweifel ausgerichtet und dann abgeschnitten. Die Einspiegelung der Schatten der Fassade, der Fensterfront auf der linken Seite, neben dir quasi, die Front, dass die auf dem Boden sich da widerspiegelt, ist richtig, richtig toll. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ist auch ein bisschen HDR-ig, aber hier eben überstreitert nichts. Also insofern ist es hier halb so wild. Und ich finde, es ist ein gutes Displays-Foto. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Vielen lieben Dank, dass du den Bildbeschweichungs-Samstag magst und hier auch die Treue hältst. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, welches Foto dir heute am besten gefallen hat. Und schreib auch gerne mal in die Kommentare, wo du vielleicht nicht meiner Meinung gewesen bist. Wo du sagst, Mensch, da hast du ein Foto so und so beurteilt. Und dann muss man sagen, es ist ja eine Beurteilung. Und du siehst es anders. Dann kannst du das gerne in die Kommentare schreiben, denn ich lerne ja auch super gerne dazu. Und ich lerne viel von euch und ich lerne auch viel von euren Fotos. Weil manchmal fotografiert ihr auch auf eine Art und Weise, die mir völlig fremd ist und die ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber natürlich, auch wenn ich dann sage, dass es nicht mein Beritt und mein Thema ist, habe ich das natürlich im Hinterkopf und speichere ab, dass man auch so fotografieren kann und probiere da auch durchaus Dinge aus, die durch euch inspiriert sind. Also vielen lieben Dank auch dafür. Ich wünsche dir ein schönes Restwochenende, eine gute Zeit. Geh raus fotografieren und dann immer schöner denken. Wenn du magst, sehen wir uns am Mittwoch oder spätestens am kommenden Samstag hier auf dem Kanal wieder. Abkommen im Hinterkopf Einer Einer Sehen